Was hast du eigentlich dazu, dass du am frühen Morgen schon als Justin Bieber-Fake bezeichnet worden bist? Ich wurde mit Erfolg bezeichnet, den ich nicht habe. Das ist eine ehrliche Aussage. Pellegrino, ey, dann tanzt so ne Mucke, tanzt ganz so ne Mucke. Es ist Sperrstunde, für das Errohaus, es kann auch schön ja bei uns sein, mach nur die Orten. Ich mach nur die Orten. Danke, Emelie. Es war sehr geil, bei euch zu spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Schultag und ich hoffe, dass ich das Festival bei euch gewinne. Danke, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis mein Herz, bis mein Herz, stopp. Bis mein Herz, bis mein Herz, stopp. Auf jeder Familienfeier, du musst dir was Sicheres suchen. Musik ist nur ein Hobby, nehmt ihr doch noch ein Stück von Kuchen. Schmeißt euch gleich die Torte ins Gesicht. Onkel Ulf erzählt von Disziplin mit 40 Kilo Übergewicht. Ich bin nicht mit Schule, da war ich immer sehr gut. Ich war, äh, in der 10. Klasse war ich immer da. Und schuld, dass ich nicht da war, warst du. Du, du hinter der Kamera stehst. Du, ich musste in mein Stubio. Wie kriegst du das Ding hoch? Sag mal. Wir haben ja auch mal zwei Stücke gekauft und ich hab die Nier hochgekriegt. Das war das erste Problem. Ja, man kennt ihn nicht anders. Sobald es klingelt, springt die Band aus der Ecke direkt auf die Bühne. Ja! Ja! Willst du auch noch was, oder? Ne. Lukas, 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 trinkst du keinen Kaffee? Nein, er trinkt nur mehr Kaffee. Latte Macchiato, Latte Macchiato ist das Beste, das merkt euch das. Das ist aber so'n schwarzen Scheiß hier. Rauch ist die letzte Verwarnung. Wie so'n Schadenschützer, halt. Bitte nicht am Schulhof Rauch, das ist die letzte Verwarnung. Was ist denn die Porsche? Jahre, wo ich immer weg war. Ich höre in so'n laufender Stuhl. Schlag-Anzahl sein. Also, ja auch nicht. Guten Hunger. Vielleicht hab ich sie gleich auf dem Kühlschrank. Und ihr denkt, das gehört zum Show. Ich lasse mich da alle so'ne Viertelstunde liegen. So zappeln, so. Jetzt übertreibt er aber und dann ist einfach... Okay. Aha. Das ist nichts. Ich lasse mich da alle so'ne Viertelstunde liegen. 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 zu verlieren, haben Nebenjobs, denn wir müssen die Nachbarn schmieren. Dingelingeling, sogar die Müller sind bestochen, jetzt feiern wir schon seit 3 in Altwochen. Wir sind jung und haben keine Zeit zu verlieren, 3 Promille und es dreht sich alles im Gehirn. Ich guck mal, ob ich irgendwie eine Toilette ausfinden kann. Ja, runter und rechts. Muss jetzt nicht so ein Abenteuer draus machen. Es ist ein motherfucking Star-Car. Ach ja, das Ding mit dieser Zukunftsplanung. Kannst du Snarky Puppi? Die Band. Sag den? Snarky Puppi. Nee. Nicht? Schade. Die Fusion Band. Kennst du die? Nee. Auch nicht? Schade. Also lasst mich, lasst mich ruhig fallen, lasst mich ruhig fallen. Kommt und hasst mich, denn ich werd euch niemals gefallen, niemals gefallen. Und bitte lasst mich, lasst mich ruhig fallen, lasst mich ruhig fallen. Kommt und hasst mich, denn ich werd euch niemals gefallen. Dankeschön! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsch euch weiter noch einen schönen Schultag. Ihr wart eine Ziegabe. Zugabe! 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 Okay, wir spielen noch einen, ja? Ja, Leute, das war die AOK-Tour. Die Gigs, die wir gezockt haben, die drei. Es war mega geil. Ey, die Willkommen war einfach legendär. Auch am Anfang muss man die erstmal reinfinden. Es war immer ein geiles Prinzip, das hier mit dem Bus zu zocken. Wie ihr seht, bleibt alles abgebaut. Die Tour geht weiter und wir sind fertig damit. Ich hoffe, alle, die dabei sind, ihr hattet schön viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns demnächst auf der eigenen Tour, die irgendwann mal ansteht. Geil! Ne? Super Team, super Team hier, super Team. Geil! Geil!